Habe ihn auch untergeschlagen. Ich komme wieder zurück 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 nicht so feige Ja wir müssen das taktisch angehen wir müssen wir müssen angreifen und wieder zurück wenn wir voll drauf gehen warst du Feirio zusammen herzlich willkommen zu Titan mit Eddie Boy 3 2 1 Rauf auf unseren server unser server ja Wir haben in der kommt wie gespammt wir wollen kämpfen die leute sollen kommen So wie viele leute aber was für teams einfach noch da sind und Also krass Hassliebe hat noch drei lehm Wir haben noch einen lebt Sehr gut das heißt Das heißt könnte noch einer wieder kommen Also hier kommt so schnell keiner hoch du Hier kommt so schnell keiner hoch Nein sag mal wenn wir noch ein leben haben heißt das wenn einer von uns stirbt kann er noch mal wieder kommen Einer ja Aber nicht beide So mal die komplette fest wir haben eine komplette lava festung Keiner schau so schnell hoch zu kommen Keiner schau so schnell hoch zu kommen Ja das stimmt da sollen wir erst mal zeigen was wir können Nicht mit uns freunde Aber dann nicht deine dinge Ja 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 so die frage ist jetzt ob wir überhaupt jemand kommt Ich bin auf jeden fall startla Ja wise wise und dom so kommen super Haben die geschrieben Ja Jetzt geh Okay Äh Wir warten Ja wenn die kommen ne ist äh Dann ist es das Ende für uns das weißt du ne So gut wie Ja selbst wenn die verrecken Es reibt ein anderer Resport Scheiße Äh das wertvollste Zeug Sollten wir vielleicht im Safe Inventory haben Hä Wieso hattest du zwei Backpacks Ich habe einen gefunden gehabt Achso Walui weißt was wir machen für den Notfall Merk dir mal was Walui Ja Für den Notfall Falls wir dringend hier weg müssen Hier hinten runter jumpen In die Lava da unten Okay Und dann flüchten wir über die Brücke dahinten Wir treffen uns hinter der Brücke Treffen uns auf jeden Fall wieder falls das ist Ja geht klar Ja Weil ich hab so Panik nur dass es so schief geht Nein Öli das wird doch nicht schief gehen Die kommen dann darauf Nein nein Oh Gott Walui Das kann jetzt das werden Das kann jetzt das werden Wo sind die Siehst du sie schon Kein bisschen Ich will gerade mal ein bisschen Zeug wegräumen Nicht dass die wenigstens unser wertvolles Zeug Kriegen Habe ich jetzt nicht so Bock zu Weißt du Kein bisschen Hier sind wir hier Huuu Feuerwerk Huuu 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 Huu Äh Huuu Oh Huuu 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 Hihuu aber das kann man werden ja jetzt eine taktik überlegen kommt der fällt jetzt ein dass du pinkeln muss dein ernst wir müssen die abschießen bei louis ich habe neun pfeile wir schießen ja beide die in lava auftreffen machen nicht wenig schaden oder wenn die durch die lava fliegen sind werden sie angezündet das feuerpfeile jetzt sehe ich ihren namen nicht mehr doch da sind sie da sind sie au getroffen pass auf wieder getroffen aber ich habe so einen scheiß bogen hallo hier geht der guck aber noch ziemlich viel ap das was die gerade versuchen mit feilen wieder langweilig da wären kampf kommen wir ja da kommen wir bitte dass sie in der mitte sind sagt mir bitte dass die in der mitte sind wenn wir uns damit ein weg was weg war nur weg ich bin fast so du bist was gemacht ich habe noch drei herzen wenn ich mir bei mir machen kann schaden wollt ihr mitmachen kommt direkt zur mitte wo die können uns und den arsch retten bei louis lassen wir nicht treffen wir brauchen die feile wir brauchen ein leben das ist dann juckt die nicht dass wir die treffen wir haben nur noch ein fall ja auch noch einer die kommen wir kommen und kommen wir nicht hoch kommt zu mir kommt zu mir kommt zu mir die könnte ich wenn sie ins haus kommen könnte sich zu uns hoch bauen warte wo ist das loch zum haus wo ist das loch wo wir lava reinschütten können early ich habe keine spitzhacke mehr du musst es machen das war zu früh warum schützt du da jetzt schon da war ein early das war doch hier mister ob wir immer weg zu offensichtlich wo sind die denn die anderen beiden nix 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 weiter geht man zu seite ich schieße die boge abkommt weg weiß weiß beach kobe vielleicht sollten wir eine bagrikade bauen habe ich noch holz ja ich habe heute wenn ihr jetzt mit feiern auf und losgehen muss allerdings bis nicht zu viel aufbau nicht zu viel zu bauen der andere jetzt auch noch hoch aber was machst du denn ja geil jetzt sehe ich nichts mehr danke was denn du bist für die nur verflüchten können direkt jetzt sei nicht so feige machen was raus ich bin ein feuer magier ich renne nicht vor feuer davon kommt zurück kommt zurück wenn die uns angreifen die können nix kommenter wir können die so in die lava schlagen jetzt seid ihr ja ich baue den ding jetzt also hast du noch feiern nein hast du nicht mehr ne ich habe noch einen letzten tschüss scheiße nein die benutzen wasser diese artis benutzen wasser erst noch mal was erst noch mal was ich bin geäst diese feiglinge diese einfach unsere base ich habe weiß weiß runter geschlagen habe ihn auch runter geschlagen ich komme wieder zurück 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 nicht so feige wenn ihr noch mal jetzt drauf 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 scheiße ich bin auch ich bin blind ich bin blind ich gehe daher springe der sie gar nichts nein ich bin tot ich sehe nichts du musst eintöten du musst eintöten du musst hinterher du musst direkt hinterher weißt du es ist fast tot wirklich ja ich bin tot deine verantwortung ja ehrlich hau hinterher du musst keine chance ich bin down tot? ja natürlich scheiße diese cheater mit wasser ankommen weißt du oh kannst du noch respawn bei mir ist ende ne ich bin back to title screen ich versuche nochmal neu zu connecten schade schade dass das andere team nicht noch gekommen ist du bist ausgeschieden fuck ja wäre echt gut aber ich würde gerne mal gucken wie weit wir die down gemacht haben weil die sind ja geflüchtet ja ich hätte nicht hinterher gehen sollen aber die sind geflüchtet ja weißt du ich bin halt runter gefallen das war ein bisschen kacke dass ich da an der stelle ja ich bin auch runter gefallen war mir scheißegal aber dann ich bin im scheißwasser gewesen wenn ich nicht in dem kackwasser gewesen hätte ich weiß wir uns öfter schlagen können oh scheiße ja wir haben ihn ja gut getroffen aber die hatten auch gute Rüste und gute Schwerter also aber ne wir haben uns wieder versucht mit wem mit wem starken anzulegen ne wir machen immer den gleichen Fehler wir machen immer den gleichen Fehler wir lassen uns aber drauf denken walu ich meine dass wir die so gut getroffen haben dass die ich ich bin echt gespannt deren Folge zu gucken ich bin echt gespannt ich schau mir das an ähm ich hab das Gefühl dass wir die wirklich gut gehittet haben und die äh nicht mehr viel hatten ja und nachher machen wir uns kaputt weil sie noch äh ganz viel hatten die waren die waren am aber Balu die waren voll am verzweifeln die haben uns ja kaum gehittet in dem Moment wo wir da runter gesprungen sind ja stimmt da haben wir sie da haben wir voll gut in der Falle nur Doms ist voll reingesprungen in Weißweiß und hat ihn natürlich voll beschützt sonst wäre Weißweiß vielleicht gestorben ja das wäre echt cool gewesen wir hätten uns statt ganz runter zu sprechen mit euch zurückziehen müssen ja da wären wir schlauer gewesen wenn wir wieder hochgesprungen wären aber egal ne Leute das war Titan das war Titan 2 äh hat gut Spaß gemacht auf jeden Fall war lustig wir wollten das gar nicht ganz zu sehr in die Länge ziehen und äh das hätten wir jetzt auch machen können wir hätten jetzt weiter farmen können äh das wäre vielleicht auch für euch langweilig geworden und ähm Base bauen machen wir immer noch am liebsten und am besten und das war eine tolle Base ja ich hab gar nicht drüber nachgedacht dass man ja Wasser überall hinschütten könnte zum löschen aber das haben die gut gemacht haben sie gut gemacht ja gut Leute wir dürfen glaube ich die Folge nicht vor 15 Minuten beenden oder ich weiß es nicht so genau natürlich dürfen wir das wir sind raus aus dem Projekt jetzt ja gut dann können wir uns striken ja mach mal unser Inventory Juckt uns nicht aber wir hätten in Lava sterben müssen oder wo wir unsere Sachen wechseln Egal es ist zu spät gut Leute wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Projekt wieder wenn euch Titan 2 gefallen hat gebt ein Däumchen nach oben schaut bei Valui bei Valui Valui der ist unten in der Beschreibung und dann würde ich sagen Leute hau da rein hau da rein machts gut bis dann tschüss rein das ihr Vielen Dank.